Okay, zurück zu der Zeit und dann... Genau, Jefferson. Der ist ja auf der Party. Und sie liebt natürlich noch. Okay, listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna... You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you and others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan is dead? Der ist doch nicht tot, oder? Nathan is dead? Nein. Der hat doch angerufen. Der hatte angerufen gehabt. Pfft, was sollen wir denn jetzt sagen? Wir können ja zurückspulen, also wir probieren es mal mit Nathan is dead. And you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because... I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Jefferson is a psychopath. Mark Jefferson turned out to be a psychopath. Okay, Max. Let's go in there as a team and take his ass out right now. Ah, was sollen wir denn jetzt sagen? Jefferson heard me. Let the past go. Don't leave me. Das wird sie nicht machen, wenn wir sagen, let the past go. Das wird nicht passieren. Wir können auch nicht zurückspulen im Moment. Jedenfalls noch nicht. Don't leave me. Chloe! I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out and... I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? I fucked up. I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? I was able to go back in time to the last day William was alive. Oh, he had sucked D-dust. I stopped him from leaving, but... But you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You... You were completely paralyzed. And... You were in pain. You were slowly dying and... You... You asked me to... End your life. I did. For you. I... I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I... I... I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. That must have been... That must have been awful for you. I... I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen. And as usual, I messed everything up and... I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's... That's why you should come with me. So we can stay together. And... Stay alive. I hear you, Max. But... Do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us. And he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. David was ahead of us. David saved me. David cares about you. Spontan würde ich sagen, David saved me. Aber David cares about you auch. David was ahead of us. Eigentlich nicht, ne? Der hat ja allen... Der hat ja jeden verdächtigt. Und ich bin echt froh, dass ich keine Facecam hab. Ausgründen. Also, ähm... David saved me. Ich geh mit meinem... Mit meinem Bauchgefühl. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the darkroom... I'd be dead right now. Max... I had no clue. I should have been the one to save you. But... I'm so grateful, David was there. Okay. Gute Entscheidung, glaube ich. We tell him everything. Including that Victoria is in danger. Okay. You've been there so much. I... I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes. You are. So, listen. In a few minutes... I won't know, any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David. And we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Das ist sehr interessant. Sie wird das nicht wissen? Warum? Ich... Ich verstehe es gerade im Moment nicht, aber... Ich, ähm... Wird das erst mal so hinnehmen? Ich weiß nicht, dass der reale Max ist zurück. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And... I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over and... I hope it was worth it. I hope it was worth it, but... I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. Nobody. You're a Max fucking Caulfield time warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. And it's coming closer. I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Stop beating yourself up, okay? We both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. Was machen die denn da am Strand? The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on. Warum laufen die nicht los? I've got your back, Lex. Whoa. Alfred Hitchcock famously called film, Little Pieces of Time. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory. Have to listen to this Jefferson lecture again? This might be hell. What's this in this? What's this in this? What's going on? Nobody even cares? Warum sieht das keiner? Seriously, though. I could frame anyone of you on a dark corner. And capture you in a moment of a bitch. Everybody is gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Nee, tut es nicht. Und jetzt bin ich verwirrt. Das ist verrückt. Nichts macht mehr Sinn. Ich meine, bis hierher hat das zumindest ein bisschen Sinn gemacht, aber jetzt wissen wir nicht, was passiert. Das ist... Pop Vine Is Grunge dead? Featuring the latest words from Mark Jefferson? Hä? Ten reasons to get electronic mail. Was ist das denn? Use. That's too creepy. Okay. War das das Foto, das wir gesagt haben, ein letztes Foto, bitte? Wisst ihr das noch? Oh, was steht denn hier? You didn't die, Kate. You're alive. I want to die, steht da. Und das ist Kates Platz. Not yet, you bastard. Max, if you're reading this, it means you're dead, Mr. Jefferson. Kschok, schok. Äh. Holy shit. Look at all these dead birds. This can't be real. Wir können zurück spulen, aber nichts würde passieren, da ist kein Punkt. Rachel Amber forever. Wir können mal probieren, zurück zu spulen. Einfach mal so, aber es passiert nichts. So, hier sind auch noch Bilder. Ähm. Okay. Rachel didn't deserve any of this. Und das war vorher nur ein Wald. Jetzt sind da... Jetzt sind da Max und Chloe. Und finden Rachel. Warte mal. Ich dachte, da steht irgendwas. Ich werde das Bait nicht nehmen. Ich werde nicht. Everyday Zeros. Ja, das ist natürlich nicht Realität hier. Also, jedenfalls macht das keinen Sinn, dass das Realität wäre. Deswegen stimmt hier einiges nicht. Haben wir das eigentlich gesehen? Edged Marks, ja, ne? Ja, Max Caulfield. Love forever. Wer hat hier gesessen? Wer hat hier gesessen? Ah, wir können ein Foto machen. Ich bin mir egal, ob das ein Traum ist oder ein Nachtmere. Ich nehme das Bild. Wenigstens ein Foto haben wir gemacht. Okay. Wie dir das Foto immer schüttelt. Das bringt ja eigentlich nichts. Soll ich das auch machen? Das ist definitiv nicht für real. Für real. Ähm. Okay, haben wir jetzt alles gesehen? Ich hoffe es mal. Dann würden wir mal rausgehen. Foto, komm. Haben wir das gesehen? Ja, ne? Da. Da. Ich sehe dich, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until wir reden. Wir reden über deine Entrie. Ich wollte nur wissen, ob du dir das Leben in meiner Darkroom Du mein Leben in meinem Darkroom? Du Purity inspires mich so viel. Und wir können so viel Freude zusammen sein. Wer braucht Selfies, wenn ich dir portraiture? Da ist keine Art. Ich sage das. Keine Art. I love you, Mr. Jefferson, our dark room. My selfies are shit. Thanks for killing Chloe. Ach komm, wir sagen es einfach. I love you, Mr. Jefferson. I've been dreaming of the day when you would finally tell me. I love you, Mr. Jefferson. Call me, Mark. We need to play catch up on all the time we've wasted. Especially since there's nobody left in your life. Jeff, I love you too, Max. Ich finde das witzig. It can't be real. I don't believe it. Vielleicht ist Mark Jefferson gar nicht der Psychopath und der hat das alles geträumt. Vielleicht ist das, äh, ist das ihr Ehemann oder so. Das kann ja alles, jetzt kann alles passieren. Wir wissen das nicht. Naja, dann gehen wir mal raus. Boah. Und vom Classroom direkt... ...in die Quartiere. Und hier liegen überall Kerzen. Soll das heißen, dass alle tot sind? Und es ist Max schuld. Außer Kate. Die, die eigentlich tot war, die lebt jetzt. Und wir können uns hier nichts anschauen anscheinend. Das ist alles... Wir können nur zu ihr hinlaufen. Vielleicht können wir da rausgucken. Was finden wir da? Nichts. Da liegt ein Wal, glaube ich. Ist das ein Wal? Ja, da liegen ganz viele Wale. Showers open. Warte mal. Hm. Hm. Geek Girls for Sale. Das sind alles die ganz normalen Sachen, die ja auch liegen. Halloween Party. Es wurde neu gemacht, glaube ich. Totally 80's Film Night. Oktober 20. 20. Oktober. Das war vorvorgestern in meiner... Also in der echten Zeit, für mich. Entschuldigung, wenn ich mir hier alles ansehe, aber... In der letzten Episode muss ich das einfach machen. In the world party. 10.10. 2013. Wir sind im Jahr 2013. Das wusste ich nicht. Da steht 2013. Das steht 2013. Das heißt... Das ist... Zwei Jahre her. Auf den Tag genau. Und das ist ein bisschen Halloween-themed alles hier. Da liegt auch ein Wal. Es liegen überall Wale rum. Und wer die ganzen... Also was die ganzen Tiere symbolisieren und so weiter, das... Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Also Wale, Vögel, dann... Was gab es da noch? Das Eichhörnchen oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich... Ich spreche jetzt mal mit Kate. Hey Kate. Hey Kate. Wie geht's? Was ist ein Freund du bist? Du hast mich nie entstanden. Oder was hat mir passiert. Jetzt wird meine Familie nie alleine lassen. Und das bedeutet, dass ich immer alleine sein werde. Dankeschön zu dir. Kate, das ist nicht wahr. Ich bin immer dein Freund. Ja, das ist ein bisschen schade. Eigentlich habe ich sie ja... Eigentlich habe ich sie ja getötet. Also beziehungsweise nicht retten können. Aber na gut. Ich hätte gerne gewusst, was sie gesagt hätte, wenn... In der anderen Zeitlinie... Dann gehen wir mal hinterher. Und wir sind wieder hier. Und nichts hat sich geändert. Außer, dass wir uns hier etwas ansehen können. Wir kommen von hier oder von hier? Von hier, oder? 219 ist unser Raum. Und wir können jetzt in jeden Raum rein. Okay, dann gehen wir mal erstmal in 217 rein. Verdammt, ich hätte... Oh, nein! Oh, nee! Wir können nicht zurück, oder? Okay, Moment. Ähm... 217 ist Stella, Taylor, Juliette, Dana, Max Caulfield, Victoria Chase, Kate Marsh. 222 könnten wir reingehen. Ich würde gerne in 221 erstmal reingehen. Oh, aber... Oh, aber... Warum hast du mir gesagt? Wie würde ich... Ich würde einfach... Ich würde einfach mal rein... Bathrooms... Da können wir auch noch rein. Oh, verdammt. Das bringt auch nichts. 200... Was war das nochmal? Ich muss nochmal nachschauen. Entschuldigung. Ich würde gerne in Victorias Raum reingehen. 221. 221... Das hat auch nicht geklappt. Okay, dann gehen wir als nächstes, glaube ich, in Max-Raum rein. Erstmal in 219. 218. Und... Hä? Hier sind Schlüssel. Okay, wir haben die Schlüssel gefunden. 218. 218? Wem gehört 218? 218 hat? Dana? Warum sollen wir in Danas Raum rein? Was hat denn Dana mit der ganzen Sache zu tun? Hä? What the fuck? Was passiert hier? Rachel saved my life. So, Rachel took my place. I'm glad she was there. Six months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Before Rachel left, she said she met somebody, who changed her life. Then poof. Then poof. So. The... Rachel's racist. Why the fuck are you wearing, Rachel's racist? Do you think Rachel and I would have been friends? You're not that bad. She had... has a great eye for images and art. Das sind alles vergangene Worte, die wir schon alle gehört haben. We would all be one of our best friends forever. Alles Flashbacks sozusagen. Look at yourself, Max. Principal Wells told you about what you said after the night. Wir kommen immer wieder hierher. Tara García? Die Namen haben sich geändert. Tara García? Steht ja jetzt. Kelly Davis? Dana ist immer noch 218. Victoria auch noch. Rachel Amber? 224. Ich glaube, wir müssen immer in Rachel Ambers Raum rein. Oder? The fuck? Jetzt sind wir Victoria? Heißt das, wir müssen in Victorias Raum rein? Ich verstehe gar nichts. Victoria Chase, 221. Scala, water on my cashmere? You know how much this fucking outfit cost? Moment, ich muss noch kurz mal... Victoria Chase, 221. Okay. Weitere Namen gibt's nicht. 219 ist wieder Max Caulfield. 219. Ich verstehe das System noch nicht. Ob es ein System gibt, weiß ich nicht. Aber ich verstehe das System noch nicht. Wir gehen mal... Sollen wir jetzt in Max' Raum reingehen? Oder in Victorias? Ich gehe jetzt einfach mal in Victorias rein. Jetzt sind wir wieder Max. Wenn wir jetzt wieder Max sind, dann sollten wir wieder in Max' Raum gehen. 219. Und die Wände sind alle voller Fotos. Jedes Mal, wenn sich ein Charakter ändert... Da, können wir ein Foto machen. Ja, boah. Genau, das Eichhörnchen steht für Samuel. Hm. Boah, sind das Riesen-Eichhörnchen. Das ist voll creepy. Aber ich bin froh, dass wir das Foto gefunden haben. Wir können durchs Badezimmer. Wir können aber... Jetzt wieder durch den Raum. Die Wale sind weg. Es gibt keine Wale mehr. Okay. Also, wenn mir das passieren würde... Oh nein, Musik andersrum. Wir hören jetzt andersrum Musik. Ja. Wenn mir das passieren würde, ich würde... Ich würde verrückt werden. Ich würde verrückt werden. Was soll ich mir vermuchen? Ich hätte ihn nicht erwarten können. Ich würde ehrlich sagen... Ich würde... Ich würde... ... Rezop. Rezop, look. Aber die Buchstaben sind richtig. Black Barrel can be means fresh blood. Blood, give it up. Oktober 31, 2013. Ich bin mir sicher, dass das schon vorher 2013, also in den vorherigen Episoden, ich hab's nur nie wirklich mitbekommen. Beziehungsweise vergessen. Okay, damals in Episode 1 haben wir ja noch mit... Da ist das Reh, das anscheinend für Max oder für Chloe steht. Also ich wollte sagen, in Episode 1 haben wir ja danach mit dem Principal gesprochen. Ob wir das immer noch machen können? Die Tür steht offen. Hey, das war ja eigentlich für... Ah, nee, das sind die Toiletten. Oh, no, me. Hey, das war die Olicen. Na, den. Können wir mit dem Principal reden? Da steht er, ja. Nee, wir können ihn nur ansehen. Scham, bis der Farbe, wenn er mir eine Zettloppe ist nicht... Ach, das war ja... Scham, oder? Scham, bis der Farbe, wenn er mir eine Zettloppe ist nicht... Das ist... Warte mal, das ist... Ah, das ist so schräg. So schräg. Das ist so schräg. Das ist so schräg. Das ist so schräg. Das würde mich mal interessieren. Wir können da nicht durch, oder? Nee. Wenn ich... Das hört sich echt witzig an. Okay. Da können wir rein... Das sollten wir, glaube ich, auch. Machen wir das mal. Und es wäre ja so schräg. Kommusto.